Das, was mit Hertha und Gersbeck lief, ist einfach nur traurig. Gersbeck verprügelt einfach mal, stockbesoffen, jemanden Krankenhaus reift. Dafür hätte er in den Knast kommen können. Doch was macht die Hertha-Führungsebene? Sie setzt sich dafür ein, dass Gersbeck mit einer mickrigen Geldstrafe davonkommt. Warum mich das so traurig macht? Als kleiner Junge bin ich mit den Werten von Hertha aufgewachsen. Hertha für Toleranz, Hertha gegen Gewalt. Und jetzt sowas. Hertha, was ist nur aus euch geworden? Mit mir als Präsident wäre sowas niemals passiert.